Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein altes Bündnis wird neu geschmiedet, wie es scheint Bling, bling, ich hab's gemerkt Hallo, Horsey Die Flotte macht sich auf jeden Fall bereit für den finalen Schlag, würde ich sagen Der finale Schlag gegen die Allianz Zwei Stück sehe ich Drei Stück Hier kommen wir hoch Hier kommen wir hoch Da kommen wir aber nicht rüber, wie kommen wir denn da hin Hier vielleicht Ne? Oder? Ich glaube sehr weniger Was sei es? Vielleicht ja doch Hier war ich noch Hier war ich da Nummer drei, oder? Perfekt Protokoll Nummer 42 des Humanwissenschaftsberichts Ich darf jetzt mal kommentarlos im Raum stehen Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich da nicht weiter darauf eingehen möchte Die naturwissenschaftlichen Studien eines Grunts Ja, ja Protokoll des Sicherheitsoffiziers Ich konnte endlich einen Allianz-Grunt dazu überreden, mir zu verraten, wie sie den Standort des Gebieters nachverfolgen konnten Marak war da Einer der Männer des Gebieters Die Allianz versprach ihm Macht und Prestige Die Verzweiflungstat einer Fraktion am Abgrund Marak hat bei der Befragung alles gestanden Vielleicht dachte er, der Gebieter würde niemanden seines eigenen Plans hinrichten Falsch gedacht Oh, Mann Das ist aber nicht nett Alles ist vorbekommen Wir werden beginnen, wenn der Konstrukteur soweit ist Ja, ja, Moment, Moment Mir gefällt die neue Stimme von dem Gebieter gar nicht Ich möchte die alte wieder haben Das letzte Datenpad Perfekt, perfekt So Nummer 5 von 5 Sie betonen immer, wie wenig sie mich brauchen, Herr Dass sie Sonarion mit oder ohne den Wärter einnehmen könnten Dass sie kurz davor stünden, den ganzen Planeten zu einen Nur zu, seien sie so stur, wie sie wollen Aber verweigern sie sich nicht der Vergangenheit Vergessen sie nie, für wen ich stehe Ständig reden sie über Respekt Höchste Zeit, dass sie ihn auch erweisen Das war meine letzte obligatorische Statusmeldung Ja, ja, Horsey, Horsey So, ich will sagen Palmer wartet auf uns Ist doch ziemlich unter uns Alles ist vorbereitet Wir werden beginnen, wenn der Konstrukteur soweit ist Palmer mit Helm Oh Ich habe zu Lomander Mission abgeschossen Dr. Horsey hat den Konstrukteur Gut, Osiris Sobald Horsey sich um den Konstrukteur gekümmert hat Können die Leute das Gebiet des Sonarion angreifen Und ich bringe sie weg Meine Arbeit hier ist getan, Gebieter Ist sie das? Ja, Horsey, Berichterstatten Hin und her und her und hin Wie schön diese Lager gemacht sind, oder? Ich finde es echt klasse Bewege dich, Horsey Ja, ja, ich passe schon auf Es ist so toll Wie gesagt, auch abseits der Schlacht Jetzt mal hier zum Beispiel Wirklich so ein Lager Oder das Lager der Eliten Auf dem Ursprungsplaneten der Eliten Sehen zu können Hat doch auch was einzigartiges, oder? Ja, ich weiß, Horsey ist hier hinten Es hat schon was Der Konstrukteur Süß, süß, süß Was denn? Ich bin bereit Sind bereit Ich nehme alles zurück Er ist auf dem Weg nach Sonarion Er bewegt sich in Richtung Gebieter, es hat Zeit Heute wird die Allianz fallen Tenghelios wird frei sein Sie wissen, wie ich die Spartans erschuf Ich tat es zum Wohle der Menschheit Doktor, wir haben keine Zeit Cortana besteht aus einer Matrix meiner Gedanken Die Dormäne verleiht ihr gewaltige Macht Verstehe Spartan Locke Halten Sie sie auf Aber bitte Bringen Sie John zu mir nach Hause Das war's Das war's Wohle der König Die Dramatische Wohle der König Sparen Das war's Sparen Bögend Sparen Ausat